Die Football Association of Singapore ist der offizielle singapurische Fußballverband. Geschichte Die Football Association of Singapore entstammt ihrem Vorgänger, der Singapore Amateur Football Association, welche am 28. August 1982 gegründet wurde, angeblich als ältester Fußballverband Asiens. Die Nachfrage nach Fußballspielen in Singapur führte 1904 zur Schaffung der Singapore Football League. Die durch die Safar organisiert und kontrolliert wurde und parallel zu anderen Leigen wie der Government Services League oder der Business Houses League existierte, während die singapurische Fußballlandschaft bis in die 1920er Jahre durch Europäer dominiert wurde, zeugen die Neugründungen der Singapore Chinese Football Association und der Singapore Malays Football Association von einem Umschwung. 1952 nahm die Safar den heutigen Namen Football Association of Singapore an. In der Nachkriegszeit versuchte die FAS ein Ausbluten der lokalen Fußballliga zugunsten des Malaysia Cup zu verhindern, was 1975 zu einer Reorganisation der National Football League führte. Im Rahmen derer die mehr als 100 lokalen Fußballteams auf 30 Teams zurecht gestutzt wurden. Trotz der darauf folgenden Revitalisierung der lokalen Fußballszene entschied sich die FAS 1995 aus dem Malaysia Cup auszutreten und sich auf die neu gegründete S-League zu konzentrieren. Diese Entscheidung wurde durch die Erschaffung von zwei weiteren Fußballinstitutionen, der National Football Academy sowie des Foreign Talent Scheme unterstützt. Organisation Die Football Association of Singapore wird durch den auf zwei Jahre gewählten Football Association of Singapore Council geleitet. Geführt durch Präsident Sainu Di Norton sowie Generalsekretär Winston Lee. Der Council besteht aus 25 Personen, darunter ein dreiköpfiges Präsidium, zweiköpfiges Generalsekretariat und Beirat. Einen Schatzmeister sowie 17 weitere Mitglieder. Wohltätigkeit Die FAS unterstützt seit 2004 DK Sekunden Wohltätigkeitsprogramm Care United. Es liegt vor der Community, welches U.A.R. Drei Projekte, den Children's Financial Assistance Scheme, den Transportation for Elderly Folks Scheme und den Development of Women's Football Scheme mit über 220.000 Dollar finanziert, die im Rahmen einer Spendengala im Refield City Convention Center eingenommen wurden. Mitgliedschaften FIFA FA-FA-FC-AFF Vielen Dank.